Die nächste Fahrt ist die fünfte Fahrt der elften Woche. Die Zielfahrt führt uns vom Ortsteil Lichtenrade, hier haben wir uns den Lichtenrader Damm als Straße ausgesucht, zur Konsularabteilung der US-Botschaft. Wir fahren geradeaus in den Lichtenrader Damm, rechts in die Barnettstraße, geradeaus Schichauweg, rechts Motzener Straße, links Nahmetser Damm, geradeaus Hildburghauser Straße, rechts Oberhoferplatz bis Kranoltplatz, geradeaus Königsberger Straße, geradeaus Drake Straße, geradeaus Habelschwerter Allee, links Ladenbergstraße, geradeaus Korrenzplatz, geradeaus Gerrystraße, rechts in die Kleeallee und das Objekt liegt auf der rechten Seite. Die Konsularabteilung der Botschaft der Vereinigten Staaten liegt östlich der Kleeallee und nördlich der Sagemünder Straße. Und wichtig bei dieser Zielfahrt tatsächlich ist das Erwähnen der Ladenbergstraße und des Korrenzplatzes, weil der Platz hat seine eigene Fahrspur.